Junge spanische Frauen aus der Schweiz, die jetzt dort ihre Runden sind zum Bagi-Bagi-Nationalen-Meisterschaft in Bärchen im vergangenen Jahr vollkommen gesetzt und so hoch erfolgt. Sie ist am Tor vorbei. Sie ist korrigiert jetzt. Sie wollen nicht verfahren, indem sie jetzt korrigieren. Sie wollen nicht verfahren. Alle, alle! Alle, alle!